BVB Total im Doppelpass mit der Telekom BVB Total im Doppelpass mit dem Doppelpass mit dem Doppelpass mit der Mannschaft angesprochen Was hast du ihnen gesagt? Einfach nur, dass sie sich auf das Spiel fokussieren sollen und nicht auf die Nebengeräusche Und nicht darum, was war früher und wie war das und wie war das und wie lieb habt ihr euch alle gehabt Sondern du musst ja eine Schärfe aufbauen Wir müssen ja im Wettkampfmodus sein und wir müssen nicht da im Umarmungsmodus sein, damit gewinnst du keine Spiele